Hallo euch miteinander, guten Morgen, kurz nach eins. Ähm, ja. Märtyrer wieder, äh, am Start. Ihr wollt nochmal so einen kleinen Zwischensession machen. Nur wir drei, die da heißen Christian, guten Morgen. Morgen. Und der Domi, schönen guten Morgen. Guten Morgen. So, wir machen hier gerade eine kleine Session, ähm, ja, einfach mal so aus Jux und Dallerei, die da heißen Nürburgring. Ähm, naja. Total banal, füllst daneben. Kann ja wieder lustig werden. Wir haben schon mehrere Rennen damit durch, mehrere Fahrzeuge. Wir kamen aus dem Lachen schon nicht mehr raus. Na, auf jeden. Nein, du kommst nicht schon wieder zum Vorschein. Wieso nicht? Lass mich doch. Ich habe Angst vor dir. Du brauchst auch keine Angst haben vor mir. Nö. Du kannst nicht zum Vorschein. Nö. Boah, ich sage ja Sandwich. Das ist so geil, das Rennen. Ja, auf jeden, ne. Dann gibt es gerade ruhig und vor den. Nö. Nö. Aber erst kam die Kisten auch nicht aus den Hufen und dann... Boah. Alter, was? Was? Meine Kisten, ey. Reda ist nix. Ey, Tommi, guck mal, das Haus. Boah, 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 boah. Aber siehst du, das kommt davon. Naja. Ich war gerade... Solltest du dich mal auf die Strecke konzentrieren, mein lieber Borden. Ja, mache ich, mache ich. Ich arbeite dran. Guck dir mal lieber das Haus nochmal an. Ja, das ist ein schönes Haus. Das würd ich gerne mal kaufen, da. Ich sag's dir. Das wär schön. Ihr seid so ganz, ganz kaputt. Das kannst du nicht sagen. Das tut uns auch weh. Wer hat dir vorhin auch irgendwas erzählt, so von wegen Straße konzentrieren und ne? Ja, eben, ne? Aber selber kracht er auch fast überall gegen. Ja, vor allem gegen mich. Er ist ja auch ein warmer Bruder, ne? Ja. Also vergesst es mal bitte nicht. Ich aber nicht. Au. Ich? Ne. Nein, ich meine, wie Christian. Au, 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 au. So warm bin ich ja nun auch, wenn ich dir ne. Oh, dieses hat die Kurve nicht so geklappt, wie sie vorher immer genommen haben. WAUUTCH! Aber das ist egal. Aye, 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 why don't you roll, rum, rum und gib Gas wieder. Haha. Pst. Boah, ey. Habt euch beide wieder richtig lieb da hinten, ja? Ne, ja. Geht anscheinend auf warme Brüder. Ey, alter! Los, 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 los. Warst du sauber schon, alter. Ey, jetzt hab ich Freitreifen hinten drauf. Jetzt fährst du auch Breitbein, äh, äh, breitreifig durch die Gegend. Ich seh da so ne schwarze Dreckschleuder vor mir. Und ich seh ne warme Schwester vor mir und? Ja, Windschatten, Windschatten, komm, komm. Da hat der schöne Windschatten ausgenutzt hier. Komm mal Windschatten. Ja, oah! So ein mieser Feigling, ey. Ja. Der mich da grad von der Seite annehmen wollte, äh, nehmen wollte. Da von hinten. Oh, Willi, jetzt kommt da von hinten. Ne, ja, ich weiß. Aber Hundesteuer zahlen, das weißt du, ne? Ja, von hinten kostet Hundesteuer, ja. Ah, ja, ja. Irgendwie klingt mein Getriebe nicht mehr gut. Brauch mal das noch oder kann das weg? Das kann das weg. Das wird überbewertet, das brauchst du nicht. Ne, eben. Das ist so schön, euch da zwei zuzusehen, ey. Willkommen beim neuen, äh, Crashcar-Channel, ja. Das stimmt, Alter. Das war aus einem Mini-Akratisch-Praktisch-Praktisch-Gut. Ein Ritter Sport. Ja, das wäre ja langweilig. Ich kenne mich nicht. Ich hab das so hinten vorgelegt auch vor mir. Ich komm einfach aus dem Gebüsch wieder raus. Ja, ne, wie war das in der einen Session, ne? Beckenhocker, ne? Ja, genau. Boah, ey, das ist ja schweißtreibend hier. Ja, 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 ja. Jawohl, ich fahre schön, senkrecht die Wand hoch und. Nicht den Zaun, nicht den Zaun. Doch, den Zaun. Doch, den Zaun, den Zaun. Es fahren zwei Leute heil an dem Zaun vorbei. Ich komm an und der Zaun steht nicht mehr. Boah, das stimmt auch. Wenn du so kiri bist und alles mitnehmen musst. Hey, los, die letzten Meter hier auf Waziergeraden rückwärts. Oh. Ich muss erst mal hier wieder hochkommen. Oh, Alter, was? Christian holt mich nur noch fast ein mit dem rückwärtsfahren. Scheiße. Boah, ey, schweißtreibend, ey. So, Leute, das war nun mal so eine kleine Session. Den Nörder gering. Ja, ich hoffe es noch. 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 Ich hoffe mal, wir machen das nächste Mal auch noch mal so eine Scheiße. Also bis dahin, wir sehen uns. Tschüssi. 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 Tschüssi.